Am Fuße der Dolomiten liegen die Chalets Lyondes. Ich habe so eine mystische Namensgebung für die Häuser. Ich wollte die Fahnesfragen in meinem Chalet mit einbeziehen. Ich habe gedacht, wenn ich mal groß bin, dann nutze ich diese ganzen Sagenwelten. Wirklich, die Fantasie sollte immer klein sein. Das ist eines unserer sechs Personen Chalets mit drei Schlafzimmern, drei eigenen Bädern, der Küche und dem Wohnzimmer mit der privaten Wellness. Das sind nur 50 Meter vom Skilift vom Klonplatz entfernt. Das sind nur 50 Meter vom Klonplatz entfernt.